Hey Leute, ich bin's, mein Cavity. Ja, wie man sehen kann, das sieht nicht gut aus. Ich habe es zum Glück rechtzeitig bemerkt und deshalb wird das ganze Teil ausgetauscht. Das kann nach mehreren Jahren mal passieren, dass die porös werden, dass die schwach werden und kaputt gehen, diese Filter. Und deshalb zeige ich euch jetzt, wie man einen solchen Filter wechselt. Ja, wenn man Wasserschaden hat, dann stellt man als erstes ganz klar das Wasser ab. Da hat man einmal hier so ein Rad hinter der Uhr und dann habe ich hier auch noch ein Rad direkt vor dem Wasserfilter. Den kann ich auch nochmal zudrehen und ich habe sogar auch hier das große Glück, dass ich noch ein Rad habe nach dem Wasserfilter, der bereits schon zugedreht ist. Und jetzt ist dieser Bereich hier vom Wasser getrennt und somit kann ich jetzt dann diesen Filter auseinanderbauen bzw. abbauen. Bevor ich den abbaue, schraube ich das aber erstmal hier ab, damit noch ein bisschen Wasser rauskommt. Ja, den dreht man einfach hier so ab. So macht man das übrigens dann auch beim Filterwechsel. So, ab ist das gute Stück. Und jetzt werden wir hier links und rechts eben die Schrauben lösen. So, dazu setze ich jetzt hier die Wasserpumpenzange an und dann habe ich es schon gelöst. Was der Hintergrund jetzt hört, das ist übrigens die Heizung, hat nichts mit der Wasserleitung hier zu tun. So, das ist lose. Und jetzt machen wir den anderen auch noch lose. So, und deinstalliert ist das gute Stück. So, der neue Filter ist da. Er passt natürlich nicht, weil früher andere Maße da waren als heute. Deshalb habe ich hier vorab diesen Adapter gesetzt, eine Dichtung dazwischen und dann das Ganze einfach miteinander verschraubt, so wie ich jetzt gleich auch den Filter festschrauben werde. Ja, wenn ihr die richtigen Maße bekommt, braucht ihr den Adapter nicht. Ich habe den jetzt dazwischen gesetzt und bekomme jetzt zum Glück dann auch den Filter installiert. Und da legen wir jetzt mit los. So, im ersten Schritt muss ich jetzt den Filter hier mit meinem Verbindungsstück befestigen. Ja, ich habe schon mal hier die Dichtung aufgelegt. Das heißt, hier ist eine Schraube und ja, an der Schraube ist eine Unterlegscheibe und dann kommt halt die Dichtung drauf. So, als nächstes kommt dann jetzt hier das Verbindungsstück drauf, das ich hier auf die Dichtung drauflege. Dann kommt eine Unterlegscheibe entsprechend drauf. und dann die Schraube. Das mache ich natürlich an allen vier Schrauben und die muss jetzt noch schön festgezogen werden. Da brauche ich einen 8er Schlüssel für. Oder so ein Werkzeug hier. Und dann kann ich das festziehen. So, nachdem ich das jetzt hier befestigt habe, kann ich es montieren. Ganz wichtig, wenn ihr die Schrauben hier anzieht, macht das immer so überkreuzt, damit auch die Dichtung sich gleichmäßig dann hier entsprechend setzt. So, und jetzt können wir das einmal anmontieren. Ganz wichtig, vergesst doch hier die Dichtung nicht. Ja, zwei Stück. Für jede Seite eine. Ganz wichtig, das muss natürlich leicht drauf zu schrauben sein. Darf sich nicht verkanten. So, eine Seite ist drauf. Jetzt kommt noch die andere Seite. Auch da ganz wichtig, dass da die Dichtung dazwischen kommt. So, das können wir gleich nochmal ausrichten. So, und dann ist natürlich auch wichtig, dass ihr das noch mit der, ja, mit einem Werkzeug hier richtig schön festzieht. Das reicht nicht, dass ihr das einfach nur mit der Hand festmacht. Das muss halt richtig fest sein. Kontrolliert das. Das ist ja sehr, sehr wichtig, weil, wie gesagt, da sind ungefähr 3 bis 4 Bar drauf. Das stellt der, ja, Betreiber zur Verfügung. Und das sollte das Ganze natürlich auch schon standhalten. So, wenn ihr dann wieder fertig seid, dann dreht ihr einfach das Wasser entsprechend wieder auf. So, und dann ist natürlich klar, wenn man sowas installiert hat, dass man erstmal ein Auge drauf schmeißt. Ich kontrolliere das natürlich jetzt ein bisschen häufiger. Gehe mal runter im Keller. Schau mal, ob auch wirklich alles dicht ist. Momentan sieht es gut aus. Es läuft. Und, ähm, ja. Ich hoffe, dass diese kleine Anleitung hilfreich war für euch. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Hier könnt ihr mich auch gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann. Euer MacPaperic.